Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück bei... 4 3 So sieht's aus Mit Face Game immer noch, es hat alles funktioniert Ich hab schon geguckt jetzt Geh weiter Ja, ja 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 Warum? Nee Ich warte immer so auf dich und äh Dann, dann, äh, Granate wechseln Auf 5 und 6 Eigentlich kann ja mit den, genau mit den Tasten kann ich auch wechseln Was ist das für ne Granate? Sollte ne Stabgranate drin sein Okay Dieses glaub ich auch Soll ich die Tür aufmachen? Soll ich die Tür aufmachen? Gesperrt Hier rechts der Schalter wieder Zack Ähm Ich fürchte hier kommen Gegner Ah ja Ich glaub du schießt gerade auf mich Nein ich schieß gar nicht Ich seh, ich seh nichts wegen dem Rauch Hallo Kamikaze oder wat? Was denn? Was? Hier, hier müsste jetzt ne Pumpklaß Hat fuck you gesagt, das ist voll unhöflich Komm her Ja das ist eine Ich würde die gegen die Pistole wechseln Und jetzt einfach wechseln Ne man kann nicht gegen Oder doch? Ah ja ok ja Ich hab gegen die Pistole wechseln Alles gut Ja Und das ist jetzt die Ah das ist ein Geule Scheiße Okay Ich will immer vorgehen Ich will immer vorgehen Ja dann geh doch mal vor Nein ich will nicht vorgehen Weil dann kommen die ganze Ich will immer vorgehen Ich will nicht vorgehen Das ist doch langweilig Wird grad auch wieder was passiert Ups Wurde gewurzelt Hmm Ich hätte mein Steak gern Medium Was machen die denn da? Da läuft wer Lief wer Ja So wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Ich krieg' ich Hunger auf Steak Mann Bei dem Einblick kriegst du noch Hunger auf Steak Schnauze Hier kommt mal einer her Du bist so ein Berserker Das gibt's gar nicht Ja genau Einer noch Au Bitch So Lass uns weiter gehen Meisterhaft aro Was im Mann Ich hab genug Munition verdammt Aber keine Granaten wahrscheinlich Weg ging Oh Der typ ist so kacke Warum hab ich den genommen fasst Jo was machst du denn auch? Kann man das nicht aufschießen? Na klar kann man das aufschießen. Ich glaub das musste man auch. Die werfe ich zurück! Da! Vorsicht! Kann ich jetzt schon wieder? Deckung! Alter wo kommen die denn alle her man? Shit. Ähm. Ah cool ich hab irgendwas aufgeschossen. Fette fette Party. Oba. Der mit seiner scheiß pump kann. Bleib zurück! Ähm. Einmal wechseln. Ach ne brauche ich ja gar nicht. So jetzt verstehe ich das. Ah. Ah. Hier sind. Ey guck mal hier sind Eier. Klasse A A A. Die verwenden hier den guten Shit ey. Wollen wir weiter? Ja. Das ist ein. Was ist das denn hier? Achso das ist. Ah ok. Ja ja ja. Ziel will nach oben kommen. Lass den nicht durch. Ich komm trotzdem durch. What the fuck man. Bitteschön. Ich bin nur noch einer oder? Jupp. Ist ja lame. Ich will mal Waffen aufheben. Dabei kann ich gar keine aufheben. Ah du kannst keine Waffen aufheben? Ne. Ist ja lame. Okay lass das erst direkt lang. Jupp. Auch wenn du da jetzt die Tür aufgemacht hast lass das erst direkt lang. Ich hab die Tür gar nicht gesehen. Hier gibt es noch Waffen. Oh hier ist noch ein Seelenband. Ein Seelenband. Teile stehlen? Was? Okay. Ich konnte irgendein. Keine Ahnung. Mann. Komm mal her hier. Ähm. Ist mehr wie so ein Shooter aufgebaut ne? Ja es ist auch immer ein Shooter. Na gut. Sollts ja auch mal auf meinem Kanal gehen. Stieg. Hier von Sto. Bam. Ich müsste mal die Slowmotion mal besser einsetzen irgendwie. Aber. Ich wusste. Stimmt. Ich benutze auch so viel mal gehen. Den könntest du eigentlich. Das war einer. Bäh. Wo? Da war einer. Siehst du eigentlich diese roten Kügelchen? Die hier sind. Wenn die tot sind. Ich sehe dich dass du rot bist. Aber sonst nicht. Und hier unten gibt es auch noch was Gutes. Hier schieß mal das Schloss aus. Schloss aus. Machst das selbst? Nein. Ich will ja dass du es machst. Jetzt geh mal runter. Seelenband. Seelenband. Und noch weiter runter. Irgendwie flackert das Licht gerade bei mir. Ähm. Hier ist noch eins. Hier leuchtet was. Ja ist noch ein Seelenband. Ach dann nehme ich das. Kaum. Kriegen wir doch eh beide. Na. Warum kann ich das nicht? Ich glaube wir behindern uns gerade gegenseitig. Ich glaube auch. So. Und dann kriege ich das hier unten. Durch geduckt. Wo denn? Nach links. Ja genau. Genau. Boah ich hasse Puppen ne. Ohne Scheiß man. Hahahaha. Ah. Und hier hast du nicht. Und hast du dich umgedreht? Nö. Hahahaha. 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 Alter du siehst auch so gruselig aus. Du musst mich mal genau angucken. Bestimmt hab ich in der Stirn ein Loch oder? Ja hast du. Du bist voll der Psyche. Du hast mir in den Kopf geschossen Mensch. Naja das war verdient. Für die Scheiße die du immer beim Ticket Let's Play verzapft. Ja 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 komm her ja. Kann man auch mal in die Stirn schießen. Was ist denn hier los, Mann? Das ist... Weißt du, so ein Horrorspiel ist nur so lange ein Horrorspiel, bis man dir so eine Knarre in die Hand gibt. Danach schießt du einfach überall drauf. Ohne Scheiß, Mann. Komm hier drauf, raus, nee. Da. Ich bin an die andere Seite wahrscheinlich. Auch nicht. Hier ist irgendwas durchgelaufen. Ich hab da nicht so richtig Angst vor. Irgendwie ist das gerade so, keine Ahnung. So müssen wir hier hoch. Hier, guck doch mal. Ich kann's nicht nehmen. Hö, hö, hö. Ich verstehe gerade nicht mehr rum. Irgendwie krieg... Hab ich gerade Schaden bekommen. Komm mal her. Nimm du das mal auf. Ich kann das nicht aufnehmen. So. Guck mal an, wie der Papa das macht. Hast du den Timer jetzt gestellt? Ja. Gut. Wir müssen nach oben, oder? Ja, wir müssen nach oben. Ich krieg irgendwie Schaden. Ja, durch das Feuer, wenn du mal hier runtergucken würdest. Ich bin fast tot. Lul. Ruffel. Ich wollte auch mal wieder einen Charakter haben. Mit Charakteren kannst du dann noch Waffen nehmen, oder? Geh bitte. Mit Charakteren kannst du dann noch Waffen nehmen. Ja. Okay. Okay. Aber die Charakteren verschwinden bei mir, wegen irgendeinem komischen Mana-Level oder so. Achso. Hallo Leute, ich bin hier. Was? Franty Fire? Quatsch. Ich hab ihm nur in die Stirn geschossen. Ja, ich bin fast tot, ne? Ich mach euch das mal genauso wie du, und ich kratz vorab. Man down. Man down. Da geh jetzt rein. Da geh jetzt rein. Oder auch nicht. Ja, wir müssen hier runter. Wo denn? Hier runter. Na da. Weißt du, Mann. Jetzt mach das auf die Harte. Voll in die Fresse. Warte mal. Ich mach jetzt mal hier Deckung. Oh. Brauch ich gar nichts mehr machen hier. Geht fach. Könnte da in die Tür, glaube ich, doch. Nö. Oder doch. Könnte sein. Na ja. Also ich bin hier einfach mal durchgegangen. Hier. Hinter dir. Ja, hier ist mein Seelenbaum. Na gut. Du machst das schon. Ach komm. Scheiß drauf. Ich bin übergewertet. Ach, jetzt sag ich das mal. Ich hab das mal gespricht. So, alles tot. Man kriegt da so viel Munition hier. Das ist unnormal. Ach, komm schon. So. Ja, ich hab irgendwie Rage oder so. What the? Komm hier, Granate. Ich glaube, das ist nicht die gewollte Spielmethode. Ja, ich glaub. Auch nicht. Hast du? Jo. Ich bin tot, oder? Nee. Hier passiert gerade irgendwas. Gefängnis ist impossible. Pst. Ich hab grad'n Film. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich habe euch das Leben. Ich habe euch geformt, euch erschaffen. Ihr werdet mich fürchten, wie ihr es eintet getan habt. Wir haben erst 13 Minuten. Ist egal. Wir haben jetzt einmal so einen Cut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei 4.3 mit Facecam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.